Ich bin wirklich fassungslos. Da bin ich seit Jahren Mitglied bei Amnesty International und bei Journalisten helfen Journalisten. Wir versuchen mit Geld und mit Spenden und mit Petitionen uns vor Kollegen einzusetzen in Kasachstan, in Teheran oder in Mexiko City und dann passiert das. Mit Journalisten helfen Journalisten haben wir jahrelang der algerische Journalistin unterstützt, die bei uns in Köln Zuflucht gesucht hat. Die wurde in Algerien von Islamisten bedroht, weil sie eine allein lebende Frau, Chefredakteurin war, die freche Sachen gesagt hatte über den Islam. Die haben wir jahrelang mit Künstlersozialkasse und Aufträgen für die Deutsche Welle und Geld in Köln durchgefüttert und immer war die Ansage, Jamila, bei uns in Europa bist du sicher. Wenn sie heute kommen würde, heute im Januar 2015, könnte ich ihr nicht sicher sagen, dass sie bei uns sicher ist. Was ist das für eine Katastrophe? Ausgerechnet in Paris, wo wir einfach mal so hinfahren, weil Europa ja offene Grenzen hat, weil wir angeblich dieselben Werte haben, die Grenzen aufgemacht haben, die Währungsunterschiede abgeschafft haben. In Paris, in Marais, wo wir schon mal in drei Stunden mit dem Thalys hinfahren, um Kaffee zu trinken, wird eine ganze Zeitungsredaktion einfach ausgelöscht, einfach gemetzelt dafür, dass sie einfach ihren Job, unser aller Job gemacht haben. Journalismus. Es ist wirklich unfassbar. Und das macht mich wütend. Das macht mich saumäßig wütend. Denn gestern, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, boah, da wird auf einen Schlag alles niedergewalzt, was wir jahrelang als fortschrittliche Journalisten aufgebaut haben. Wir bei Crismon, aber alle anderen auch, schreiben in jeder Ausgabe über gelingendes Zusammenleben. Wir stützen und unterstützen fortschrittliche Muslimer wie Lale Akgün, Necla Kelek. Wir berichten über einen Landarzt aus dem Libanon. Den haben wir auf dem Titel. Wir schreiben über türkische Frauen, die Radfahren lernen, über türkische Lehrerinnen, die unsere Kinder toll unterrichten. Und dann kommt so ein Anschlag und man hat das Gefühl, das ist alles niedergewalzt. Sollen wir uns davon jetzt entmutigen lassen, weil die Rechten, die Konservativen sagen werden, na seht ihr mal, ist ja toll mit euren fortschrittlichen Muslimen, das ist das wahre Gesicht des Islam. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich glaube, dass die Angst, die wir wahrscheinlich alle haben, die müssen wir überwinden. Denn Anschläge können überall passieren, in Zeitungsredaktionen, auf Bahnhöfen, im ICE, auf Kirchentagen. Natürlich werden wir uns weiter frei bewegen in diesem Land. Die Angst müssen wir überwinden. Und die Wut, die wir alle haben, die muss sich in Entschlossenheit verwandeln. Wir müssen weiter diese Geschichten erzählen. Wir müssen weiter diese kleinen Geschichten erzählen, wie gut es ist, dass wir eine Gesellschaft sind, wo wir mit Muslimen und Dank Muslimen gut zusammenleben. Das erfordert tatsächlich im Moment Mut. Und den wünsche ich uns allen. Denn da fühle ich mich auch als Chefredakteurin verpflichtet, in dieser Redaktion soll jede und jeder schreiben dürfen, was ist, ohne Angst zu haben. Das ist übrigens ausnahmsweise kein Zitat von Martin Luther. Schreiben, was ist, das hat Rosa Luxemburg gesagt. Und das ist unsere Aufgabe vor Paris und nach Paris noch sehr viel mehr.